Was geht ab? Hier ist wieder der Netro Gamer hier am Start. Eine neue Herausforderungswoche ist da und eine Challenge lautet finde verschiedene Rohrteile bzw. Rohrzangen. Und in diesem Video werde ich euch alle 5 Orte, die es gibt, zeigen, wo ihr diese Rohrzangen findet. Hier ist der erste Ort schon mal hier unten unter Misty Meadows und unter der Skihütte noch. Am besten landet ihr entweder direkt da drauf oder ihr sammelt hier noch ein paar Mets und dann baut ihr euch hoch. So, ich muss mal gucken, hoffentlich tötet ihr mich jetzt nicht. Obwohl, ihr habt auch gar keine Waffe. Ihr müsst auf jeden Fall da oben landen, Leute. Seht ihr es? Da oben ist diese Rohrzange. So, hier ist sie. Ich sag einfach durchsuchen. Leute, warum geht das jetzt nicht? Da ist sie. So, Leute, das ist die erste Rohrzange, die ihr finden müsst. Hier unten auf der Karte ist es zu finden. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Like da. Ja, du kannst die Rohrzange auch holen. Kein Ding, Mann. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Like da. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, ich hätte euch bei allen Herausforderungen. Und ja, Leute, er gönnt mir sogar ein Mini. Was ist das denn für ein Ehren, Mann? Er gönnt mir sogar ein Mini. Ja, Mann. Ehre. So, Leute, jetzt geht es weiter zum zweiten Ort. Let's go, Mann. Die zweite Rohrzange befindet sich westlich von Slurpee Swamp. Genau hier bei diesem Ort. Also auch nicht bei Derrick, sondern genau hier auf der Karte markiert. Da müsst ihr einfach runtergehen. Und dort befindet sich dann die nächste goldene Rohrzange. Hier ist direkt auch einer. Zack, einfach wieder durchsuchen. Und da haben wir die zweite Rohrzange. Leute, tragt auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne meinen Creator-Code. MegaMeister13. Da würde ich mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns gleich bei dem dritten, beziehungsweise bei der dritten Rohrzange. Bis gleich. Und Leute, morgen beginnt ja das Live-Event. Es startet schon um 1 Uhr. Wie ihr sehen könnt, ist schon alles in Vorbereitung. Um 1 Uhr wird das erste Event starten. Aber, Freunde, ich werde das Live-Event um 1 Uhr nicht anschauen. Ich werde mir auch kein Video auf YouTube ansehen. Denn ich werde morgen um 15 Uhr circa den Stream anhauen. Würde mich extrem freuen, wenn ihr das Live-Event bis dahin auch noch nicht gesehen habt. Dass wir dann gemeinsam, ja, das Live-Event das allererste Mal sehen. Wie gesagt, morgen um 15 Uhr startet jetzt die Rohrzange. Und die dritte Rohrzange habe ich hier zu Glück noch bekommen. Die befindet sich hier oben beim Leuchtturm. Ganz, ganz easy. Einfach beim Leuchtturm umlanden. Und ja, jetzt geht's weiter zum Vorletz. Die vorletzte Zange befindet sich in Dirty Docks. Genau hier markiert auf der Karte. Ihr könnt euch das oben bei der Mini-Map merken. Genau beim T, beziehungsweise unterm T und ja, unterm Y. Einfach hier runterfliegen. Zack. Und hier haben wir die vorletzte Rohrzange. Vier von fünf. Dann müsst ihr euch hier noch irgendwie rausbauen. Aber das sollte kein Problem sein. Und ja, Leute. Dann würde ich sagen, ab zur letzten Rohrzange. Und die fünfte und letzte Rohrzange befindet sich in Steamy Stacks. Hier nochmal auf der Karte markiert. Und da sehen wir schon die letzte goldene Rohrzange. Wie gesagt, Leute. Wenn ihr keine Herausforderung verpassen wollt, lasst auf Ehre. Sehr, sehr gerne ein Abo da. Ganz wichtig. Aktiviert die Glocke. Und Leute. Morgen 15 Uhr Stream. 16 Uhr beginnt das Live-Event. Würde mich extrem freuen, wenn ihr bis dahin das Live-Event noch nicht gesehen habt. Vielen, vielen Dank. Creator Code. Megameister13. Bis morgen, Leute. Ciao. Ciao.